1983, naja, 1983, da waren wir noch, da waren wir noch Osten, gell? Ja, da waren wir noch Osten, ja. Die Google-Schreiber von Ronald Reagan, also SDI war dran, der hier in Deutschland wurde gegen Nachrüstung demonstriert, und in Bonn gab es eine Riesenveranstaltung dazu, guckt euch Europa an, solange es noch steht, sagten Amerikaner, und dann kamen amerikanische Freunde von uns mit einer ganzen Gruppe hier nach West-Berlin als Brückenkopf und sind von hier aus weiter nach Russland, also damals zur Sowjetunion, gefahren. Und das war schon stark, in der Zeit so eine Art von Brücken zu bauen, das hatte was. Da war ich, ja, ganz schöner Ostler noch gewesen. Ja, ich aber auch, mit Frisur und alle. Manche sagen ja, jetzt wäre ich das immer noch, aber ich habe eigentlich das Gefühl, das hängt nicht mehr so. Ja, ich habe mich schon gut assimiliert. Ich habe mich auch hier eingelebt. Ja, ich glaube nicht. Und dann habe ich auch geheiratet, 1983, und zwar am 5. September, und bin immer noch verheiratet im Jahr 2015. Und das war, ja, die ganzen 80er und 83er, da war wohl das Entscheidende, dass ich geheiratet habe. Also, also, ernsthafte Frage, was das Jahr 1983 für mich bedeutet hat. Ja, das ist eine tolle Frage, weil ich da ja noch nicht mal auf der Welt war. 1983 Jahre, da war ich noch an der Schauspielschule und hatte, war am 2. Studium, habe meine erste große Hauptrolle bei der DEFA gespielt, im Film Fahre Yahoo bei Roland Gref, und meine Rolle hieß Marianne. Und während der Dreharbeiten habe ich mein Töchterchen bekommen, und die Rolle hieß Marianne, und deswegen heißt Marianne natürlich Marianne. Nee, ich bin da im Uterus meiner Mutter umgeschwungen. Was? Aber nicht mehr lange. Ich bin geboren 1983, am 6. März. 83, wie alt war ich denn da? Äh, äh, 65, 75, 83, also 18. Ja, Abitur. Ja, mein erstes eigenes Auto, äh, selbst geschweißt, ein alter, schrottiger Auto. Audi 50, äh, sah so aus wie der Polo. Ja, da habe ich schon zwei Jahre, äh, allein gewohnt, weil ich durfte sehr früh ausziehen. Da war ich, ja, ja, da war ich im Prinzip, ja, mit der Schauspielschule fertig und so, und dann habe ich ja schon Duri kennengelernt, und dann haben wir wilde, insofern wilde Zeiten gehabt, dass wir einen LKW hatten und eine Tournee, eine Theatertournee gemacht haben, und so über die Dörfer und was weiß ich. Und, also, persönlich war es, war es eine spannende Zeit für uns, da waren wir ja noch, warte mal, das ist 30, nee, das ist ja, boah, mehr als 30 Jahre her, da war man ja jung, so alt wie jetzt der Sohn. An das, ja, 1983, also direkt an 1983, weiß ich jetzt gar nicht. Also, ich habe meine zweite Serie, aber das war 82, gedreht. Ich weiß, irgendwann, E.T. kam irgendwann raus, aber das war, glaube ich, ich weiß nicht, das war, glaube ich, auch nicht 83, aber auf den habe ich mich richtig gefreut. Da habe ich wochenlang darauf gewartet, auf nach Hause telefonieren, das fand ich gut. Ansonsten fand ich die 80er genial, ich fand die super, super Kleidung, Edwin Jeans, über die Stiefel rüber, über die Kauberstiefel mit diesen schönen silbernen Spitzen, die man sich vorne dran gemacht hat. Ich weiß, ich hatte noch ein auberginenfarbenes Sakko mit Schulterpolstern, auch sehr gut, wenn man sich schick machen wollte. Also, schlimmer hätte es nicht sein können, schlechter hätte man nicht aussehen können. Ja, also, das war eine schöne Zeit. Also, das Jahr 83 kenne ich nur, weil ich auf der Bühne stand und das Udo Lindenberg Musical 83 auch spielt. Das heißt, da habe ich mich ordentlich mit befasst, aber nicht als ich selber. Von daher kann ich da auch nur sagen, dass es so Worte wie okay und cool in Ostberlin damals noch nicht gab. Wir haben diese, also einmal eben Larry Brent, das war ja, das hat ja Rainer Schmidt damals gesprochen, das war so ein PS, wie hieß dieser Agent? Ja, dieser Agent, so ein Agentending war das. Und dann eben diese Makabros-Dinger, wo Dougie ja dann auch die Hauptrolle, klar, durften wir ja dann auch, also er hat die Hauptrolle, ich habe seine Frau gesprochen und so. Und das ist ja heute noch, das ist der Wahnsinn. Wir waren letztens auf so einer Hörspielmesse und die Leute sprechen uns darauf immer noch an. Das ist, dieses Makabros ist Kult und wenn man das heute hört, das ist auch witzig, weil es so schräg damals für die Verhältnisse war, weißt du, das war ja, wir haben das ja nicht richtig ernst. Also, ich finde, man muss Sachen ernst nehmen, aber das war immer mit so einem Augenzwinkern und irgendwie so und dadurch war das total trashig, aber irgendwie auch, also die Leute haben ganz ernst auch gespielt. Das war ja, es war ja völliger Wahnsinn alles, also es war ja völlig schräg und Monster und ich weiß, Zombies und sonst nicht was alles und es war, genau, das war in den frühen 80ern, stimmt. Naja, also fünf Freunde und Hanni und Nanni jetzt auch, die habe ich ja schon, seit 45 Jahren mache ich das ja als Erzähler nicht, also fünf Freunde habe ich schon viel früher als in den 80er Jahren angefangen und bin bis heute immer noch dabei. Und die machen immer noch, sind zehn und elf und zwölf Jahre alt und machen immer noch auf der Felseninsel Urlaub. Ich habe mal gefragt, Mensch, welche Pille habt ihr genommen, dass ihr nie älter werdet? Aber es ist ein Run, die Leute kaufen das und lieben das und ich werde oft angesprochen auf der Straße. Ach, sie sind die Stimme meiner Kindheit, ich habe die ganzen Kassetten aufgehoben und sie meinen Kindern gegeben und die haben sie schon ihren Kindern wiedergegeben. Also mit anderen Worten, ich habe ganze Generationen an meinem Busen großgezogen. Ja gut, klar, meine, die Zeit der 80er war natürlich für mich mein Mittelpunkt, da habe ich meine ersten Serien gedreht fürs ZDF. Wir hatten Einschaltquoten, von denen man heute nur träumt, ich glaube 46 Prozent, fast 26 Millionen damals. Erstaunlicherweise bin ich ganz gut, eigentlich ganz bodenständig damit umgegangen. Das liegt aber auch daran, dass meine Mutter Regieassistentin ist oder war und für mich der Beruf relativ normal war. Und ich erstaunlicherweise, als Kind geht man oft, nicht immer, aber vielleicht manchmal, in diesem Fall war es so, ein bisschen normaler damit um. Also es war so ein bisschen wie Abenteuerurlaub und Ponyhof bei Silas und danach fand ich es ganz lustig. Die Leute haben anerkannt, man hat ganz viele Briefe bekommen und Anrufe und irgendwann fand ich es dann doof und habe gesagt, das nervt, ja, alle quatschen einen mal an und schreien und kreischen und liegen bei uns im Garten und schlafen und ich weiß nicht was. Aber das milderte sich dann natürlich irgendwann ab. Insofern kam so eine Zeit wieder, wo es ein bisschen entspannt wurde und dann kam die nächste Serie, dann ging es hier von vorne los. Und jetzt mit Ende 40 ist sowieso alles entspannt, weil die gleichaltrigen Damen und Herren stehen nicht kreischend vor mir, sondern es ist ein bisschen dezenter geworden, was auch ganz gut ist. Und insofern, ja, nee, war es eine tolle Zeit, die mich geprägt hat und die ich auch nicht missen möchte. Und die mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Aber also ich muss sagen, dass ich auch Baywatch und so und was dann alles so gab, ich finde 80er-Jahreserien... Schlimm. Unsere kleine Farm habe ich geguckt, heimlich, nach der Schule, das waren aber 70er, glaube ich. Was gibt es denn überhaupt 80er-Jahreserien, was soll das nicht sein? Night Rider und Miami Vice sind, glaube ich, die beiden größten. Miami Vice, ja. Na ja, Miami Vice damals, die suchten natürlich irgendwie eine schwarze Stimme für den Riccardo Taps und meine ist ja nur keine schwarze Stimme, aber sie haben gesagt, Mensch, der Don Johnson, also der Rent Reins hat so eine schöne, so eine tiefe, sonore Stimme und da brauchte man so was Quirliges dagegen, was Verrücktes. Und da ist also die Stimmfärbung gar nicht so wichtig, Hauptsache es ist im Gegensatz zu dem sonoren, wunderbaren, konservativen Rent Reins. Ja, Riccardo Taps, hey, das war ich dann. Und so hat das geklappt und das haben wir viele Jahre gemacht, sind sogar nach Miami eingeflogen worden und ich glaube, der Rent hat sogar seinen Don Johnson getroffen, ich habe meinen leider nicht getroffen. Aber es war eine tolle Zeit, es hat Spaß gemacht und war ein Riesenerfolg. Ja gut, es war vielleicht eine der Hochzeiten, wenn man so will, also vom Drehen der Rex Alte, das war, glaube ich, so in der Zeit Ende der 70er, Anfang der 80er bis in die 90er. Und dann eben im Synchron, die Wortens waren vorher, das war 74, 75, 78 in dem Dreh, da war ich auch noch in Berlin. Daher kenne ich ja auch Norbert und ach, die ganzen Kollegen, die ganzen Berliner. Das war damals, ja, das ist eine kuriose Story. Die erste Synchronfassung wurde ja damals für die ARD gemacht, und zwar im Studio Hamburg. Und ich bin damals immer von Berlin nach Hamburg gependelt. Und zu der Zeit stand ja noch die Mauer da und die Grenze war zu. Und also mit dem Auto zu fahren dorthin immer oder mit der Bahn, das war ziemlich mühsam und dauerte sehr lange. Also flog man noch, damals flog man sogar noch zwischen Berlin und Hamburg. Hört ja unvorstellbar, weil es sich einfach nicht lohnen würde. Ja, und dann haben wir also die erste Fassung von Magnum gemacht. Die lief dann so irgendwann Mitte der 80er Jahre, nehme ich mal an, lief das dann in ARD. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nie an einen solchen Erfolg geglaubt. Ich dachte, na ja, Gott, das ist so eine Serie wie viele andere. Und ja, ganz nett gemacht und so. Ich habe mich bloß immer gewundert, jedes Mal, wenn ich wieder hinkam zum Studio Hamburg, da waren die eher so ganz euphorisch und haben gesagt, Mensch, das ist ja alles so toll und so. Und ich dachte immer, ja, gut, ja. Aber das war für mich normale Arbeit. Das war ja nicht meine erste Serie, die ich gemacht habe. Und dann bin ich damals 80, genau 80, nach Bayern gezogen, weil wir hatten einen Sohn bekommen und wollten irgendwo ins Grüne und Berlin. Wir waren in Westberlin und da war, bist du drei Minuten gefahren, Bums, war Ende. Und als junges Paar konntest du natürlich irgendwie Dahlem oder Krone, weil das konnte man sich nicht leisten. Und dann, es war ja nicht vermehrbar, der Boden, und dann war eben nichts. Und die Schwiegeltern waren ein bisschen, ich musste halt immer München, Hamburg, Berlin, an irgendeine der drei Synchronenmetropolen ran. Gedreht hat man sowieso immer irgendwo in der Gegend, das war dann wurscht, aber man muss ja sein tägliches Brot verdienen. Ja, und dann, zum Beispiel, dadurch bin ich ja dann auch Murdoch im A-Team gewesen, dann mit Gigi und Emma Wepper als Face, Erdmann als BA und Eckhard Dux, den Pepper. Und was haben wir noch gemacht? Ah, wir haben viel gemacht. Star Wars war die Zeit ja auch, genau. Als ich die Rolle Niki Hai gelesen habe, den ersten Satz, habe ich gedacht so, ach krass, das klingt ja wie bei The Fog, Nebel des Grauens, weil... Dann mussten wir für, weil RTL inzwischen die Serie gekauft hatte, mussten wir die ganze Serie nochmal synchronisieren. Dann allerdings in Berlin. Und das war ein bisschen bequemer. Das war einer meiner Lieblingshorrorfilme, weil meine Mutter war, hier ist Radio KAB, Radio KAB. Und dann ging diese gruselige Musik los und dann ging das Wasser über das Brett und dann macht es... Und dann war es ein anderes Wort und dann kam Bing, 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 Bing. Und das fand ich total cool, weil ich dachte so, krass. Und dann komme ich zum Arbeiten und ich erzähle dem Ivar das so und ich denke so, ey, stell dir vor, die Mami waren die Fog, Nebel des Grauens. Und er so, nein, das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Das war die Vorlage. Und ich so, ha! Ja, so war das. Oh ja, es gibt viele Filme, die mich sehr beeindruckt haben, aber, du weißt ehrlich gesagt nicht mehr, wann waren die? Lieblingsserien oder Filme aus den 80ern kann ich ganz klar sagen, dass ich aus so einem... Ich war ja wirklich Kind in den 80ern und ich bin... Also ich hatte nie einen eigenen Fernseher in meinem Zimmer. Bei uns war Fernsehen wahnsinnig reglementiert. Ich habe in den 80ern Tierfilme geguckt und das war's. Das muss man wirklich mal so sagen. Und ich habe Fernsehserien geguckt. Überhaupt hat man weniger Fernsehen geguckt. Ich habe viel weniger Fernsehserien geguckt und ich habe... Ich war immer eine von den uncoolen Kids in der Schule. Ich weiß das allgemein hin. Night Rider, die Nummer 1 Serie war, so in meinem Alter, weiß ich nicht. Und ich aber keine Ahnung hatte und immer nur so getan habe, als ob, weil ich das nicht gucken durfte und weil ich auch gar nicht wusste, was das war. Und dann habe ich das alles mal verwechselt. Und Serien habe ich eigentlich nur geguckt, wenn ich dann bei Freunden nach der Schule zu Besuch war. Das waren halt Freundinnen natürlich. Und ich weiß noch ganz genau, bei denen lief... Unter der Sonne Kaliforniens. Das war eine Serie, die war so... Kenne ich, natürlich. Ja, das war so ein bisschen wie Dallas oder so, aber so ein bisschen später, glaube ich. Und das waren halt diese 80er-Soaps, wo die alle diese krassen Föhnfrisuren hatten, alle super reich und Öl und irgendwie in Trigen und bla. Das war ja so... Das muss man auch noch sagen, in den 80ern kamen die sehr sauberen Serien aus Amerika rüber. Dieses, ne, wir besinnen uns wieder auf die alten Werte. Voltens war ja Voltens Mountain, die Zeit der Depression in Amerika. Und auch die kleinen Farmen waren ja immer arm und die Kirche. Und man hilft sich gegenseitig, ne. Und zwar diese totale Verarsche, weil oben hinten haben sie hinterm Rücken, haben sie ihre ganzen Vietnam-Geschäftchen gemacht. Und das ist, naja, gut, man weiß es ja. Also, die 80er waren verdammt lang für mich. Also, das ist so, ja, die Zeit von 18 bis Ende 20 ist natürlich, glaube ich, einfach so die prägendste. Und vielleicht war mit das prägendste, dass ich damals nicht viel Fernsehen geschaut habe oder so. Also, es gab die spannendste Musik aus der Zeit. Das waren vielleicht die ganz frühen The Cure oder so. Also, ich habe in der Zeit sicher viel mehr über Musik funktioniert. Und, ja, war ein spannendes Leben. Also, ich habe immer gern gehört, was auch so ein bisschen angesagt war. Aber ich weiß gar nicht, was 83 jetzt so war. War das schon neue Deutsche Welle? Also, es gab ja so ein paar coole Human League, Joy Division. So ein paar coole, diese, weiß ich nicht, was das ist. Neue Welle, neue deutsche Welle. Eigentlich war immer Wahnsinn, was der Dschungel so gespielt hat. Dab gab es, glaube ich, damals auch. Sehr coole Musik. Jugendvalerie ist zwei auf neun, vier, drei. Ach so. Und da kam abends immer Musik. So eine Charts, die Charts eben. Das erste Lieblingslied, an das ich mich erinnere, aber das war dann wahrscheinlich nicht mehr 83, sondern schon 84 oder 85, war I got you, babe. Aber nicht in der Sony. You be 40. Genau. I got you, babe. Also nicht in der Sony und Cher Version, sondern, und das war damals im Radio. Und immer, wenn das Lied kam, haben wir... Das war eine der ersten Platten, die ich hatte. Echt, lustig, weil das erste Lied, zu dem ich getanzt habe, immer wenn es im Radio kam, es war eindeutig, und ich erinnere mich daran, wenn es keiner glaubt, dass es mein Lieblingslied war. Und immer A got you, babe, gesungen habe dazu. A got you, babe. A got you, babe. Apropos you, babe, ja, ich hatte, mit zwölf hatte ich bestimmt Guppies. Jeder aus dem Aquarium mit Guppies. Also ich fand komisch, weil sie ideal damals auch geil, mit Sex in der Wüste und heiß und wie sie alles hießen da irgendwie. Also ich habe die deutsche Welle auch ganz, ganz klasse gefunden, muss ich sagen. Nein, wir hatten, weiß ich, Man at Work und Depeche Mode und wie sie alle, da waren so einige. Robert Palmer fand ich damals super. Also ich war schon immer so ein bisschen Rock'n'Roller. Also es war eigentlich eine bunte Mischung damals, die wir hatten. So aus, wie gesagt, von deutscher Welle angefangen bis Pop. Dann über dieses Synthi-Pop, den wir da hatten, irgendwie. Später kam da ein bisschen Hausmusik dann dazu, so ein bisschen leicht. Da ging es dann so ins Soulige, Funkige. Also ich habe eigentlich alles quer hoch und runter gehört. Come and come and come, come and come, chameleon, you come and go. 80er Jahre, 83, ja, keine Ahnung, was wir da für Musik gehört haben. Ich habe auch immer gar nicht so viel Musik gehört. Aber das liegt schon wieder an meiner Kindheit, dass mein Vater mir immer verboten hat, Musik zu hören, wenn ich Schularbeiten mache oder wenn ich lese. Heute weiß man, dass Schüler, wenn sie Musik hören, sich viel besser konzentrieren können. Aber damals war das anders. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Cure und Smith und Kraftwerk und Bands, die dann, die schon irgendwie ein bisschen anders waren. Mehr rockiger und nicht so alle so bunt, poppig, bunt. Es war schon eine geile Zeit. Und da waren eben so diese, was war Cream, damals Whole Lotta Love von Led Zeppelin, Deep Purple. Wir haben ein bisschen in der Band gespielt halt natürlich, was wir alle so gemacht haben, so in der Schulzeit. Nach dem Abi ging das alles auseinander dann leider. Aber da haben wir so eben End the Address von Deep Purple. Ich habe Schlagzeug gespielt. Es war also relativ große Herausforderung, sich von der Platte abzuhören. Hat man ja früher alles abgehört. Hat man ja nicht, gab es ja in dem Sinne kein Internet, wo du mal ganz kurz mal reingehauen hast und dann noch eine Vorlage, wie jemand was spielt vielleicht oder so. Das gab es ja alles nicht. Ganz lustig, es war 1978 oder 79 kam Anja Hauptmann, die Enkelin des Großen, Gerhard Hauptmann, nach München. Wir waren eine Clique im Lucky Elephant. Und sie brachte aus Tokio die ersten sechs Sony Walkman mit, die überhaupt in Deutschland zu kriegen waren. Und ich habe einen hier davon abgekauft. Und da war plötzlich Musik ein Erlebnis, das waren diese Kopfhörer zu zweit. Man konnte ja zwei Kopfhörer reinstecken. Da saßen wir wie die Blöden, der Lauterbach und ich an der Theke, haben getrunken, auf Däubel komm raus und haben mit Südgehörern. Wir hatten dieses Hörerlebnis, hattest du einfach nicht, auch mit den großen Kopfhörern und so. Wie präzise und sensationell die Musik da rauskam. Oh ja, wie gesagt, ich war einer der Ersten. Das waren noch, also da wurden die in Deutschland noch nicht verkauft. Direkt aus Tokio einen von diesen Walkmen gehabt. Ja, 80er Jahre war die Zeit ohne Handys, ohne Internet. Das ist schon der Hammer. Soll ich noch was zum Telefon erzählen? War ganz witzig. Ich habe immer viel Tennis gespielt mit Leuten und unter anderem auch mit Elmar Wepper, der zu der Zeit ja auch schon sehr viel Geld hatte und weil er gedreht hatte, mal den Kommissar als Assistent und hat dann sich ein B-Netz-Telefon, ein Autotelefon hatte der. Da musste man aber immer wissen, die ging zwar auch in Österreich, Schweiz und Deutschland, man musste aber immer wissen, wenn man jemanden anrufen wollte, wo der sich gerade auffällt, in welcher Zelle, musste sagen, also der ist südlich von München oder nördlich von München oder in Berlin oder so. Wenn man das nicht wusste, keine Chance. Und dann kam das C-Netz, als wir da gerade Tennis spielten, und dann kostete so ein blödes Telefon im Auto 12.000 D-Mark. Und dann meinte ich, du, das ist so geil, musst du machen ungefähr. Und dann sag ich so, bist du blöde, ich habe eine Familie, also kann ich mir gar nicht leisten jetzt 12.000. Und dann habe ich irgendwas gedreht, hatte wieder ein bisschen Geld und dann waren die mittlerweile relativ schnell auf unter 6.000 gefallen, war immer noch sehr teuer. Und dann habe ich gedacht, ach scheiße, habe mir so ein Ding gekauft. Und das war rückblickend die größte Investition in meinem Leben, weil das war die Zeit, als man alle noch so Anrufbeantworter hatte, die du dann, wenn du ganz toll warst, mit so einem Pieper von draußen abhören konntest, wenn du mal eine Pause hattest. Hat aber oft nicht funktioniert. Bei Haki Tentstedt, das ist ein C-3PO oder Melkowitsch, der hat gesagt, mein bester Freund ist eigentlich der Mechaniker, der immer den Anrufbeantworter repariert. Der hat schon einen Schlüssel von der Wohnung. Also so waren die Dinger. Und ich hatte ein Autotelefon, Storno C5 von Siemens. Und dann habe ich synchronisiert und dann fing das an mit der Werbung, so ein bisschen McDonalds und so weiter. Und dann war ich auf der Autobahn rausgefahren und plötzlich klingelt mein Telefon. Du, Panschi, sag mal, wie sieht es denn aus? Kannst du mal ganz kurz noch so fünf Spots für McDonalds machen? Wo bist denn du gerade? Sag ich, du, Sauerlach kommt gleich, ich fahre raus, dreh um, bin in 10 Minuten bei euch. Ja, wunderbar. Wir haben schon drei Leute auf Band, aber die melden sich nicht und so. Und da fing ich an mit der Werbung. Und ich habe mein Haus nur von dieser Werbungszeit, von diesen zehn, zwölf Jahren bezahlt. Weil ich wohl einer der wenigen war, die sofort greifbar waren. Das war der Hammer. Ich habe, mein erstes Auto war ein schwarzer Honda Civic S mit Rallyestreifen, rote Rallyestreifen an den Seiten. War damals eine Granate natürlich mit 75 PS. Und, äh, ja, ja, das war, das war so mein erster Wagen. Danach kamen dann lauter geisteskranke PS-Bolzen. Und mit dem habe ich angefangen. 83 habe ich einen Audi 80 gefahren. Und das war gar nicht gut. Das war ein tolles Auto, aber der hatte einen zu kleinen Kofferraum. Denn wir hatten mittlerweile eine Tochter. Und wenn der Kinderwagen hinten im Kofferraum drin war, dann war der voll. Da ging nichts mehr rein. Und, ähm, damit sind wir dann, also, bis nach Wieg auf Höher gefahren. Und das ging eigentlich nicht. Und dann haben wir uns dafür entschieden, das nicht mehr mit diesem Audi 80 weiterzutreiben. Weil das ging einfach nicht. Ein, äh, Mercedes, ein 250 SE Coupé. Ich glaube, da habe ich noch einen ganz bescheidenen, ja, einen Golf habe ich da gehabt, am Anfang. Und dann, als die Kasse ein bisschen besser sprudelte, bin ich umgestiegen auf den, ja, das war schon ein gewaltiger Aufstieg. Da habe ich mir ein Passat gekauft. Aber ich fand den so schnittig und schön und habe mir den mal geleistet. Alt natürlich, der war gebraucht. Nein, Ferrari, um Gottes Willen. Da gibt es auch eine kleine Story. Als wir dann die zweite Synchronfassung hier in Berlin gemacht haben, da hatte sich der Produktionsleiter von dieser Firma, bei der wir das machten, einen besonderen Gag ausgedacht. Als mal der Redakteur zum ersten Mal nach Berlin kam, um die ersten Folgen abzunehmen, sagte er, pass auf, du ziehst dir ein Hawaii-Hemd an und wir mieten einen Ferrari und du holst den Herrn, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, vom Flughafen ab. Nee, ich meine den Redakteur. Und ich sagte, also nee, nee, nee. Also Hawaii-Hemd kommt nicht in Frage. Ich stelle mich nicht mit dem Hawaii-Hemd an den Flughafen. Ferrari, na gut, meinetwegen ist vielleicht mal ganz lustig. Und das haben wir also tatsächlich gemacht. Bloß das Problem war, so einen heißen Ofen zu fahren und dann noch in der Stadt, das ist also die Hölle. Und ich habe gedacht, so unbequem Auto zu fahren, für so viel Geld, es ist ein totaler Wahnsinn. Ich habe Gott sei Dank eine halbe Stunde gehabt, um vorher ein bisschen um die Straßen zu kurven. Und dann musste ich den also vom Flughafen abholen und das Studio war ganz entgegengesetzt in Neukölln. Einmal quer durch die Stadt im Berufsverkehr. Ich war schweißgebadet, als ich endlich ankam und habe gedacht, nie wieder Ferrari. Die ganze Geschichte interessiert keinen. Das ist sowieso viel zu privat. Da schneiden wir alles raus. Und da steht dann nur noch, guten Tag, mein Name ist Luisa Witzhorig, ich bin Sprecherin und sage auf Wiedersehen oder so. Ja. Stimmt, es wird jetzt aber auch schon ganz schön privat, ne? Aber jetzt können wir es auch schon sagen. Wir sind ja durch. Also ich bin durch, du bist noch nicht durch. Das habe ich mir noch gar nicht nachgedacht. Wie? Wie, wir machen hier Knutschen, Handrückenknutschen und du denkst noch nicht mal drüber nach, was du an mir magst? Na ja, was ist denn für eine Frage? Was meine Figur an deiner Figur mag? Nein, was du als David an meiner Figur magst und was ich, Luisa, an deiner Figur mag. Weiß ich auch. Du fängst an. Ach, was. Deputy Lenders. Dreimal nicht befördert, weil sein Sheriff, der leider irgendwie verschwunden ist, ein so guter Mann war und da hat er sich immer ganz wohl gefühlt, dass er nur als Deputy, also als Deputy, als Untergebene des Sheriffs in Harmony Bay ist und er wartet eigentlich darauf, nachdem sein Chef, der Sheriff, verschwunden ist, der Gibson, dass er jetzt endlich dran ist, Sheriff zu werden. Wollte seinem großen Vorbild Gibson nacheifern und da wird ihm aber ein neuer, jüngerer Sheriff vor die Nase gesetzt. Der wird ja in Amerika gewählt und da leidet er sehr drunter und schießt gegen diesen neuen Sheriff. Also worauf ich zum Beispiel überhaupt null stehe, sind eitle Typen. Und ich glaube, man kann jetzt mit Fug und Recht sagen, dass Sheriff Cody nicht eitel ist, oder? Ganz bestimmt nicht. Würde ich jetzt denken. Jedenfalls nicht, wenn ich ihn spreche. Nee, das stimmt wohl. Also ich finde Uneitelkeit generell eine schöne Eigenschaft, bei Männern und bei Frauen. Dann sind wir übrigens total einer Meinung und der Taylor ist auch uneitel und das ist überhaupt was sehr Wichtiges und insofern bin ich voll deiner Meinung. Cool. Na, es ist so gegen den Strich gebürstet. So was leider, 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 so was bietet man mir sonst nie an. Also ich habe dann immer mehr gerade Charaktere oder weiß ich was, irgendwelche Kommissare oder sonst was. Aber so einen völlig ausgeflippten Verrückten, der nicht mehr ganz richtig im Kopf ist, wahrscheinlich hat er sich dusselig mit Marihuana geraucht oder sonst was bietet. Und das macht natürlich einen Riesenspaß, so eine Rolle zu sprechen. Das ist endlich mal was anderes. Naja, ganz ambivalent. Also als ich das gelesen habe, wusste ich ja noch nicht, wie es ausgeht und dachte, das ist ein ganz hinterhältiger, böser Mensch, der rauskriegt, wen er da am besten wie umbringen kann. Ich mag eigentlich genau, dass der wirklich so ein 80er Jahre Mann ist, darf man das sagen? Ja, finde ich. Weil der hat so diese klassische, erst mal so muffelig, so harte, schaleweicher Kern. Den muss man erst mal so ein bisschen knacken. Der hält sich so ein bisschen zurück und ist immer so ein bisschen grummelig. Und wenn es darauf ankommt, ist er aber da. Und ist er am Start und bezieht da Stellung und hat eine Haltung. Und ist eigentlich so ein klassisches, aber auch so ein muted Männlichkeitsbild, finde ich jetzt so, oder? Auf jeden Fall. Und das, finde ich, ist attraktiv und sympathisch und das ist eigentlich auch mal ganz schön, dass mal so, also das ist natürlich auch dadurch, dass wir wissen, dass er 83 spielt, so, weißt du, so ein altmodisches Wort, wie so kernig, das sagt man ja heute auch nicht mehr. Aber das ist so ein kerniger Typ. Auf jeden Fall, er ist kernig. Das finde ich gut. Und das ging so weit, dass ich auch bei den ersten Szenen mit diesen FBI-Agenten zusammen dachte, jetzt kriegt er die auch noch irgendwie rum. Ich finde es schon einfach schön, dass eine Spielserie in den 80er-Jahren spielt. Na, es ist einfach so ein Typ, also, den ich mir so vorstelle, wie die Rolle, mit der ich am meisten in dieser Richtung assoziiert werde, nämlich mit dem von Lost, von dem Sawyer. Und er ist einfach ein cooler Typ, der sich, ja, der sich das Leben nimmt, in vollen Zügen genießt, nicht zu fies ist, also kein übler Schwerverbrecher, aber, ja, einfach eine coole Socke und vieles von dem macht, was wir uns gar nicht trauen und ich mich auch nicht. Was ich mich früher vielleicht getraut habe, aber jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich ja 50. Na, okay, also ich mag, was ich mag, ist, dass es so, ja, schon so ein bisschen in eine Genre-Richtung geht, aber nicht so behandelt wird. Also, weißt du, so, dass diese ganzen, ich sag mal, so ein bisschen mysteriöseren Elemente nicht so aufgebauscht werden, so horrormäßig, sondern dass man das eigentlich wie so einen normalen Krimi und so ganz lakonisch erzählt und so bestimmte Geschichten einfach stattfinden können, ohne dass man die jetzt so aufbläst und dass es dadurch so eine unaufgeregte Spannung hat, ne, so die, die finde ich besonders. Absolut. Es ist eigentlich auf eine Art sehr realistisch, obwohl es total supernatural ist und diese Mischung gefällt mir gut, oder? Ja, hast du recht. Ich mag auch, meine Figur hat ja viel erlebt, schlimme Sachen erlebt und das wird aber nicht permanent zum Thema gemacht und schon gar nicht irgendwie, ist das irgendwie der, so der, das Wichtige irgendwie, es wird nicht so erzählt, sondern es erzählt sich einfach durch die Art, wie wir das machen. Genau, es gibt Backstories für viele Figuren, aber es ist eben, man ist total im Hier und Jetzt und, ja, und es erzählt sich über eine, über eine Handlung und es ist nicht so ein ewiges, ach und ja und früher und so, sondern es ist so ein, Es ist nicht nostalgisch, obwohl es eine 80er-Jahreserie, ist es nicht nostalgisch, ach wie schön war es in den 80ern, denn, sagen wir mal ganz ehrlich, schön war es in den 80ern nicht. Ich finde Flower echt, echt süß. Ich finde es auch ein ganz, ganz tolles Alter, wo man ja, wie die Blume erblüht. Davon singt doch auch hier der Michael sogar ein kleines Stückchen. Ne, ich finde Flower ist eigentlich eine total süße Kombi aus, aus total tough und weiß, was sie will und weiß aber noch gar nicht, wie die Sachen gehen und ich finde, das ist eine ganz bodenständige, junge Dame und gefällt mir sehr gut, also ich kann mich damit natürlich irgendwie identifizieren und ich habe auch, glaube ich, immer so gewusst, war auch so ein kleiner Kerl, so kernig sozusagen, aber trotzdem auch mädchenhaft und ehrlich und verliebt. Das war auch ganz süß, ja. Es gibt einige wunderbare Szenen überhaupt, die ganzen, alle zehn Folgen sind, sind der absolute Burner, aber ja, gehen wir mal von der Folge zehn aus. Auf die könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, müsst natürlich die Folgen eins bis neun auch gehört haben, weil das ist eine Geschichte, die einen Bogen hat und ein extrem cooles Ende hat, ein extrem cooles Ende hat. Sound, Doppelpunkt, Fahrgeräusche, Fahrgeräusche von Kodis gestreiften Wagen, genau, Motor gedämpft, klicken des Blinkers, leichtes Quietschen des Interieurs, endlich Feierabend, Mann, was war das denn schon wieder für ein Tag? Das können Sie aber laut sagen, Tela. Na, jetzt brauche ich erst mal dringend was zwischen die Zähne. Dank unserer Mumie und mir ist unser Mittagessen ja leider komplett ins Wasser gefallen. Ja, Hunger, Hunger. Was da jingen, wenn wir mal schön direkt so ein Ocean View fahren, ohne uns hier und so umzusehen, also ich meine, ohne dass wir uns jetzt hübsch machen oder so? Nee, ist ja eigentlich kein Problem, Cody, ich weiß ja, dass Sie in Zivil auch ganz gut aussehen. das freut mich, dass Sie das sagen. Wie sieht denn aus? Na, wie ein Sheriff halt, ne? Ja. Gut, jetzt kurze Stille zwischen uns beiden, also ich würde jetzt einfach mal kurz nichts sagen. Ich halte die jetzt auch mal, so wie lange, 21, 22? Genau, ab jetzt. Gut, und was meinen Sie, Cody, hat der Fall von Mrs. Conrad mit unseren Serienkiller eigentlich auch zu tun? Also, nee, glaube ich natürlich nicht, also der Doc sagt ja, dass Mr. Conrad da schon seit mehreren Jahren, Mrs. Conrad muss man sagen, ja. MRS Conrad, ist das ein Schiff oder was? MRS. MRS Conrad da schon seit mehreren Jahren rumliegen tut und nachdem, was MRS Perry erzählt hat, also. Also jetzt, das muss ich doch mal entrüstet unterbrechen, das tut mir leid, Sheriff, das ist meine Schuld, die da reingeplatzt ist. Also wenn, Tela, dann ist das ja meine Schuld, muss ich schon mal sagen. Ah, nee. Doch, finde ich ja. finde ich jetzt eigentlich nicht. Tela, jetzt fallen sie mir nicht ständig ins Wort. Ich meine, wir sind ja hier nicht irgendwie auf dem Jahrmarkt. Bazar, wollte ich sagen. Das wäre aber politisch inkorrekt gewesen. Ich sage mal so, ich als Sheriff sorge dafür, dass der Tatort gut abgesichert ist erstmal. Und Fakten, also Fakt ist auch auf jeden Fall, dass auch Mr. Conrad unseren Serienkiller zum Opfer gefallen ist. Zum Opfer gekillert hat. Genau. Und dann haben wir zwar immer noch keine Spur von ihnen, aber das ist uns eigentlich, Latte, sag mal. Gut, aber was ist denn mit dem Freak? Der könnte das ja vielleicht auch getan haben. Pass auf, jetzt an der Stelle, würde ich mal sagen, gebe ich erstmal einen nachdenklichen Laut von mir. Mach mal. Da muss ich mir erstmal was ausdenken, nachdenklichen Laut, was könnte man da machen? Äh. Höh. So was, Höh. Glauben Sie das wirklich? Ich habe das gleiche Gefühl wie Landas, dass da jemand von außerhalb, das ist so. Also ich mal. Na, ich finde, wir sollten den Freak trotzdem überprüfen, weil der Typ, äh, der Typ versteckt sich ja. Also hat er ja wahrscheinlich irgendwas zu verbergen. Verbergen ist ein scheiß Wort. Ich würde an der Stelle verheimlichen einfach. Verheimlichen? Gut, dann hat er ja wahrscheinlich irgendwas zu verheimlichen. Ja, verheimlichen, das ist schön. Na, was ist, was ist, Cody? Worüber denken Sie denn nach? Sie haben gerade so einen nachdenklichen Laut gemacht. Ich denke eigentlich an Janusz jetzt im Moment. Na, kommen Sie mal, Sheriff. Ich sehe doch, dass Ihnen da was auf der Seele draufliegt. Nein. Ist das wegen den Regierungstyp, den Fischer? Nein. Was für ein Fischer? Wofür reden? Worüber reden Sie denn jetzt, Tela? Na, ich denke, das sieht so aus, als würden Sie jetzt denken, dass es da vielleicht einen Zusammenhang gibt mit der Regierung und die Morde. Nee. Nee. Gut. Also schon irgendwie. Ach so, ich muss herausplatzen. Platz mal. Was denn, was denn, was denn, was denn? Ach so, was denn, was denn? Ja, ich kann das nicht so laut. Tut mir leid. Ich kann immer nur den. Nee. Wissen Sie noch? Ach Gott, ist mir langweilig. Der verunglückte Transporter an der Küstenstraße vor drei Tagen. Was soll ich Ihnen mal sagen, was da drin war? Wie, was? Die wissen, was da drin war? Nee, mich ein Russe war da drin gewesen. Ein KGB-Spion, mein Freund. Was? Ein Spion? Na ja, sicher, da brauchst du ja nicht so zu gucken. Mensch, wow, und wo ist denn der jetzt? Na, weiß ich doch nicht. Ach so, hier steht's ja. Auf der Flucht ist der. Ohne jede Spur. Wie irgendein Serienkiller. Ich hab keine Ahnung, wovon wir hier sprechen. Verdammt, da könnte wirklich ein Zusammenhang bestehen. Na, wie sieht denn der Typen aus? Na, sagen Sie doch mal, hier, Foto, Motor von Streifenwagen. Ach so, der stottert ja plötzlich. Na, läuft dann aber weiter. Verdammter Schrotthaufen! Na, wir sollten aber dringend mal einen Termin in Maiks Werkstatt machen, bevor der Streifenwagen noch schnappt. Ich kenn den Maik. Na, zum Beispiel bei einer wilden Verfolgungsjagd, bei einem russischen Spion. Das ist nicht lustig, Taylor. Wirklich, ich mein's ernst, da ist was faul. Ich wollte doch noch aufmontern. Und noch was, Taylor. Bitte halten Sie es alles für sich. Die Regierung, versteht er, mit Sicherheit kein Spaß. Sie müssen schon in kalten Krieg und so. Ach Mensch, nun sind Sie doch schon wieder so cholerisch hier, Sheriff. Watt! Die können sich doch auf mich verlassen, das wissen Sie doch. Na gut, stimmt.